Mein Name ist Martin Sebastian Abel. Ich bin in der Grünen-Fraktion zuständig für Haushalts- und Finanzpolitik. Außerdem bin ich tierschutzpolitischer Sprecher. Ich bin 2002 im Bundestagswahlkampf zu den Grünen gekommen, mit 16 eingetreten. Ich bin also schon mein halbes Leben dabei. Und die Grünen sind nach wie vor die einzige Kraft, die den Schutz unseres Naturerbes in den Mittelpunkt stellt. Und ich bin der Überzeugung, ohne eine starke Umweltpolitik, ohne eine starke Klimaschutzpolitik werden wir weder wirtschaftlich erfolgreich bleiben können, noch wird es den Menschen gut gehen. Ich setze mich in der Fraktion für nachhaltige Haushalts- und Finanzpolitik ein. Für Haushalte, die ohne neue Schulden auskommen, aber die nachfolgende Generation nicht einfach außen vor lässt. Das heißt mehr Geld für Bildung, mehr Geld für die wichtigen Zukunftsaufgaben. Dann feuere ich die DEG an und versuche mich selber im Inline-Skaten. Ich will, dass Nordrhein-Westfalen das Land wird, in das Menschen aus aller Welt reisen, um zu sehen, wie wir das hinbekommen haben. Eine neue Art des Wirtschaftens, ohne Ressourcenverbrauch, klimaschonend, mit den neuesten Technologien, mit bester Bildung. In naturale. attitude. Exывают.